Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 7. Juli, präsentiert von die Bepro. Die Lösung für Bestand und Provision. R&V schluckt Sachversicherer Die R&V-Versicherungsgruppe verschmilzt den Sachversicherer Konto Allgemeine auf die R&V Allgemeine. Die Verschmelzung soll im August 2024 durchgeführt werden und rückwirkend zum 1. Januar 2024 gelten. Der Vorgang bedarf aktuell noch der Zustimmung diverser Gremien der R&V-Gesellschaften sowie der Bundeseinstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Darüber berichtete zunächst das Fachportal ProContra. DBK hebt Versicherungssummen für Diebstahl von Wärmepumpen an Bei der DBK bestand je nach vereinbarten Versicherungsschutz eine beitragsfreie Absicherung gegen den Diebstahl von Luftwärmepumpen. Dieser war bisher auf bis zu 10.000 Euro begrenzt. Aufgrund der hohen Nachfrage und zunehmend teurer Anlagen wurde zum 1. Juli die Entschädigungsgrenze für den Diebstahl von Luftwärmepumpen auf einer Versicherungssumme von 30.000 Euro erhöht. Dieses Angebot ist dabei im Comfort Plus ohne zusätzlichen Beitrag inbegriffen. Bessergrün startet Maklerakademie Makler, die bei grünen Finanzprodukten noch Nachholbedarf haben, können sich das nötige Wissen ab sofort bei den Webinaren in der Mediathek der Bessergrün Maklerakademie aneignen. Mit dem Start hat die Bessergrün GmbH auch die drei Stipendiaten vorgestellt, die zum 1. Jahrgang gehören, der in den nächsten 12 Monaten die Bessergrün Akademie durchläuft. Im Auswahlverfahren haben sich Gordon Isler von Verwendo aus Hamburg, Jan Müller von Müller & Partner aus Wedemark und Michael Rauch von Mira Finanzen aus Gemünden durchgesetzt. Kontinentale startet neuartigen Zusatzschutz Die Kontinentale Krankenversicherung bietet ab sofort einen Budgettarif in der Einzelversicherung an. Mit dem Easy Ambulant hat der Versicherte die Wahl zwischen zwei Budgets in Höhe von 600 Euro und 1.200 Euro pro Kalenderjahr. Im Rahmen des gewählten Budgets kann er je nach Bedarf und medizinischer Notwendigkeit aus dem breiten ambulanten Leistungsspektrum werden. Vorsorgeuntersuchungen, Naturheilverfahren, Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel sowie digitale Gesundheitsanwendungen oder Schutzimpfungen. Nutzen die deutschen Gesundheits-Apps Zwei von drei Deutschen sagen Ja zu Gesundheits-Apps. Über ein Drittel, 34,9%, nutzt Gesundheits-Apps täglich. Ein anderes Drittel, 32,7%, nutzt überhaupt keine. Aus Unkenntnis heraus oder aus fehlendem Bedarf. 22,2% nutzen Gesundheits-Apps zumindest wöchentlich. 10,2% einmal im Monat. Vor allem der Bereich Fitness sticht mit 75,1% bei den Nutzerzahlen heraus. Aber auch beim Schlafen schwören 48% auf unterstützende Apps. Ernährungs-Apps wurden von 54,5% genannt. Das geht aus einer Otto-Nova-Umfrage hervor. GoTar startet Hitze-Hotline. Wenn die Temperaturen steigen und die Hitze zunimmt, kommt es oft zu starken körperlichen Belastungen. Vor diesem Hintergrund hat die GoTar ein Hitzetelefon eingerichtet. Die ab sofort erreichbare Hotline bietet Informationen, Aufklärung und individuelle Beratungen zum richtigen Umgang mit Hitze. Unter der kostenlosen Rufnummer 0 2 2 1 3 0 8 2 6 4 4 1 können sich alle Kunden über das Kundentelefon der GoTar von 7 bis 23 Uhr von geschultem Personal über die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze beraten lassen. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 7. Juli, präsentiert von die Bepro, die Lösung für Bestand und Profession.